Peace, meine Freunde. Ja, hier bin ich bei dir nach mehrerer Zeit. Ich war gerade beim Vorschachspiel. Er will auch gegen Spielvereinigung Schülle weg. Ja, 7-1 gewonnen. War ein schönes Spiel. Aber mir war eigentlich besser wie Vorschachspiel und so. Da wurde ich auf dem Trainingsländer von Rosemals Ohrmausen gespielt. Ja, weil in der Liga ist einfach nicht spannender wie Vorschachspiel. Weil man versteht, begehrt ja auch nichts. Wie jetzt in der Liga. Aber ich wollte mal Fußball sehen. Ohrmausen hat es gewonnen, krass gespielt, was wir machen. Ja, das ist ein Link da. Ich glaube in irgendeiner Kvartare, wenn da war. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Und... Folgt bekommt ihr hier auch meine Seite Facebook, Insta und Musical. Ja, und in diesem Fall wo ich auch wieder hier. Ja, wir sehen uns dann. Ciao.